Sachen nicht gerne was, aber... Das hat mit Respekt nichts zu tun. Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter. Arme Junge. So was geht einfach nicht. Versteh ich nicht. Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken. Versteh ich nicht. Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat. Wirklich, da braucht man nicht diskutieren. Aber über die 90 Minuten gesehen, war... Das ist wahnsinnig. Wahnsinnig. So viele Fehlentscheidungen, obwohl... Mit welchem Schiedsrichter? Obwohl immer jemand daneben stand. Mit welchem? Linienrichter oder Schiedsrichter. Das ist für mich respektlos. War das für mich eine richtig schlechte Leistung. Aus. Schnitzel mir Pommes.